Wir sprechen heute wieder über China, 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 you take China. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich habe heute spannende Themen dabei. Zum einen wollen wir uns grundsätzlich einmal dem chinesischen Markt widmen. Warum China? BYD ist nun der zahlenmäßig, also vom Absatz her, größte Elektromobilitätshersteller der Welt und hat jetzt gerade eben erst vor ein paar Tagen Tesla überholt. Wir schauen uns also an, kommt jetzt die absolute Preisexplosion bei BYD, stimmen die fundamentalen Daten und Nachrichten mit dem Kursverlauf überein? Dann werfen wir einen Blick direkt auf den chinesischen Index, schauen uns heute alles mal an. Gleich vorab, jetzt perfektes Timing auch, am Wochenende kommt unser Jahresausblick, Sonderbericht 2024 für China. China, Speerspitze einer neuen Ordnung. Zum einen, da reden wir über die chinesischen Aktien, die wir analysieren. Wir reden über den chinesischen Hang Seng. Jedes Mal mit Jahresausblick 2024 bis ins Jahr 2025 hinein. Und dazu dann noch Industriemetalle, die wir auch noch besprechen, also Platin, Palladium, Kupfer, Uran. All das können Sie erhalten, ich zeige es gerade mal hier im Ablauf. Starten jetzt diesen Sonntag 7. Januar, durchgehend den gesamten Monat Januar, 14., 21., 28. Januar und abschließend am 4. Februar dann mit Altcoins, Crypto, Tech33 und Nasdaq. Jeder Abonnent unserer Dienstleistung bei HKCM, egal ob Sie einen Markt oder fünf Märkte analysiert haben, egal welchen Markt Sie analysiert haben, bekommt von uns alle Sonderberichte mit Langfristausblick der HKCM kostenlos dazu. Das heißt, wenn Sie sich jetzt entscheiden, egal welchen Markt zu abonnieren, werden Sie die nächsten Wochen von uns, jedes Wochenende, die hier sichtbaren Sonderberichte von uns erhalten, vollkommen kostenlos. Und Sie erhalten einen kompletten Jahresausblick für alle 182 Märkte, die wir erhalten. Ich sage, so einen großen Überblick über das Gesamtjahr, über alle Assetklassen hinweg, erhalten Sie sonst nirgendwo. Starten wir hier direkt mit der Aktie von Baidu. Die Tagesschau titelt hier schon, der größte E-Autobauer der Welt ist chinesisch. Das erste Mal überhaupt, dass der chinesische Elektroautobauer BYD mehr E-Autos verkauft als sein Konkurrent Tesla. Und das, obwohl der Konzern von Elon Musk im vierten Quartal so viele Autos wie noch nie ausgeliefert hat. Wichtig ist hierbei Folgendes. Der amerikanische Autohersteller Tesla hat seine Spitzenposition auf dem Weltmarkt für Elektrofahrzeuge an seinen chinesischen Konkurrenten BYD abgeben müssen. Im vierten Quartal 2023 lieferte das Unternehmen von Milliardär Elon Musk 484.507 Autos aus. Das ist ein neuer Rekord für Tesla. Immerhin eine Steigerung von 11% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das reichte jedoch nicht die Spitzenposition zu verteidigen, denn der chinesische Autohersteller BYD verkaufte im gleichen Zeitraum 526.409 Fahrzeuge, wie aus Zahlen von Anfang der Woche hervorgingen. So und jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass das hervorragende Zahlen ist, fundamentale Ereignisse, die den Kurs klar antreiben müssen. Und hier möchte ich einmal wieder ganz klar zeigen, wie sich fundamentale Ereignisse und nachher der Preisverlauf ganz klar voneinander trennen. Denn wir sind hier sehr bärisch auf diesen Titel eingestellt gewesen. Wir haben uns auch so verhalten. Wir haben einen Short Trading Bereich eingezeichnet. Jetzt gehen wir gleich mal direkt auf unseren Live Kurs, schauen uns das an und ich trete Ihnen dann auch den Beweis an danach und zeige Ihnen, dass wir das vor Monaten schon exakt so gesehen haben im Oktober letzten Jahres. Bevor es losgeht mit der Analyse möchte ich noch sagen, wow, Wahnsinn, wir sind von gestern auf heute um 4000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal angestiegen und werden wahrscheinlich heute die 360.000 erreichen. Ich wollte doch noch letzten Freitag zu den 350.000 ein Video machen. Ich sage danke, 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 dass Sie diesem Kanal Ihr Vertrauen schenken. Wenn Sie noch kein Abonnent sind bei Deutschland schnellstwachsenden Finanzkanal, drücken Sie jetzt abonnieren. Los geht's. Also gehen wir mal direkt auf den Chart von BYD, BYD Company Limited. Wir nutzen hier, das mal zur Information, immer die Originalbörse, also die Heimatbörse eines Kurses. Deswegen sehen Sie hier an der Seite HKD für Hongkong Dollar. So, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Kurs hier aus dieser Zone heraus, diese Zone hatten wir berechnet, auf Basis der Elliott-Wellen, für die Trendwende, also aufwärts zu abwärts Trendwende, hier den Pfeil nach unten, dass wir hier weitere Continuation, also ein Fortführen der Abwärtsbewegung sehen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Markt hier als erstes einmal die Schwelle von ca. 161,70 Dollar anläuft, dort nochmal eine kleinere Gegenbewegung ausbaut, um dann weiter abzuverkaufen in unsere folgende Zielzone. Das hier ist die Zielzone, die wir erstens nutzen, um den Short zu verkaufen, also die Gewinne zu realisieren. Bedeutet, wenn wir hier Short eingestiegen sind, also vom Abverkauf oder dem Preisverfall eines Kurses zu profitieren, dann nutzen wir die darauf folgende Zielzone als Orientierung, um hier, ich nehme immer die Oberkante, direkt eine Limit Order zu hinterlegen, bedeutet, dass wir uns hier direkt an der Oberkante, das ist das 61,8er Fibonacci, bei 156,30 Dollar wieder rausnehmen lassen, einen sogenannten Take Profit nehmen, heißt, wir werden automatisch mit dem Profit, der bis dahin angelaufen ist, rausgenommen aus dem Kurs, wir steigen hier ein, wir steigen hier aus. Ganz simpel, für die Leute, welche das Ganze von der Short-Seite bespielen. Nächste Frage, was machen wir dann für unsere Aktienkäufe? Werden wir dann da auch tätig? Klare Antwort, ja. In unserem chinesischen China Titans Paket, zeige ich auch mal kurz, das ist das hier, alle China Titans Aktien im Überblick, da sieht man hier auch E-Autos, da haben wir eine eigene Sektion, dabei decken wir komplett ab BYD, Xpeng, NIO und Geely, wir haben hier aber auch noch weitere Aktien, wie Alibaba, JD.com, Tencent Music, Antasports, Tencent, dort sind wir auch bereits eingestiegen, Baidu, Xiaomi, NetEase, Hongkong China Gas and so on. Verschiedenste Bereiche, die wir hier alle abdecken, dort benennen wir überall alle Einstiege, Ausstiege und Positionsanpassungen, die wir vornehmen, das heißt also, wenn wir einen Stop setzen, wenn wir einen Teilverkauf vornehmen, falls wir nachkaufen und so weiter, kommunizieren wir das alles per E-Mail an Sie hinaus. Auch dazu wird es jetzt am Sonntag im Sonderbericht einiges dazu geben, können Sie sich einfach sichern, alle Kunden bekommen von uns alle Sonderberichte. Gehen wir weiter zum Chart. Also, wir gingen davon aus, dass der Kurs hier runter geht, hier noch weiter runter gehen wird und erst innerhalb dieser Zone hier seine bärische Abwärtsbewegung beenden wird, dann hier neues Momentum aufbaut, seine Basis, also das Momentum auf der Abwärtsbewegung beendet und von hier aus wieder nachhaltig ansteigen wird. Wir selbst werden den ersten Einstieg für BYD Company an unsere Kunden rausgeben, wenn wir in diese Zone hier reingekommen sind und die erste impulsive Bewegung, das heißt, wir stellen uns das ungefähr so vor, Kurs kommt hier rein, baut hier seine Basis aus und dann wollen wir die erste impulsive Struktur sehen, wie er nach oben kommt. Sobald das der Fall ist, werden wir hier selbst einen offiziellen Einstieg rausgeben, um dann den Titel ganz normal per Aktien auf der Long-Seite zu bespielen, also in Zukunft vom Anstieg der BYD-Aktie zu profitieren. So, jetzt werden Sie sich vielleicht wundern und sagen, ja gut, aber die Nachrichten waren doch so toll, warum verkauft der Titel hier weiter ab und wenn wir es uns mal prozentual anschauen, das ist schon recht ordentlich, vom Hoch hier, das Hoch hatten wir am 18. Oktober bis zum bisherigen Tief vor ein paar Tagen, sind das schon ganz knapp 25% gewesen, 24,96%. Warum hat der so abgegeben? Nun, daran sehen Sie mal wieder, dass fundamentale Ereignisse und die Struktur des Preises nicht miteinander klarzusetzen sind. Wenn wir uns mal anschauen wollen, wussten wir das wirklich schon vorab, konnten wir das vorab berechnen, dass der Kurs hier runterkommt. Jetzt gehen wir hierzu in unseren Login-Bereich auf unserer Homepage www.hkcmanagement.de schauen uns das Datum hier an, das ist hier mein Login-Bereich, Philipp Hopf, der 9.10.2023 und jetzt gehen wir hier auf den Chart BYD, ziehen hier mal ganz kurz das Textfeld runter und Sie können sehen, das ist bevor der Kurs hier reingekommen ist, da ist es noch eine aktive Zielzone, deswegen ist sie farbig und hat hier alle Fibonacci-Kennziffern an der Seite und wir haben gesagt, der Kurs läuft, grüner Pfeil hier oben, nochmal hier rein, wird wahrscheinlich das 78,6% anlaufen bei 266,40$ und von dort aus ganz klar nach unten abtreten. Wer das also sieht, wer das von uns bekommt, kann hier selbstständig reingehen. Wir nutzen ja einen CFD-Broker, um alle Aktien von der Long- als auch von der Short-Seite zu bespielen. Long, also auf steigende Kurse bzw. auf steigende Aktien nutzen wir eigentlich einen ganz normalen Aktienbroker, ganz simples Aktiendepot. Wer aber quasi auch die Aktien von der fallenden Seite bespielen möchte, wer sich aktiv dazu entscheidet, kann hierzu unsere Analyse nutzen und würde dann ein Derivat nutzen, um die Aktie vom fallenden Kurs zu bespielen und könnte dann hier direkt seine Limit-Order legen, damit er direkt reingenommen wird, sobald der Kurs hier reingeht und von dort aus abdreht. So und was ist dann passiert im Anschluss? Wir sehen es, das war die Analyse vom 9.10., ich gehe hier nochmal drauf, Analyse vom 9.10., der Kurs lief dann hier im Anschluss am 18. Oktober rein, hat hier fast das Level von 2,66 erreicht und hat seitdem ganz klar abgedreht und verkauft hier ab. Das heißt hier, wir konnten die Kursstruktur trotz der Nachrichten bzw. auch unter kompletter Ignorierung der Nachrichten korrekt hier berechnen und wir liegen hier bisher ganz klar richtig mit unserer Einschätzung zu BYD. Wie gesagt, erst wenn der Kurs hier reinkommt, sind wir bereit Long-Position zu unternehmen. Wer jetzt noch nicht short ist, auch jetzt aktuell nichts mehr machen, im Mittelbereich sollte man hier auf keinen Fall mehr einsteigen. So, gehen wir jetzt direkt mal weiter und schauen uns den chinesischen Index Hang Seng an. Vielleicht da mal unsere grundsätzliche Einschätzung, wir stehen ja im Hang Seng nunmehr seit schon ein paar Monaten, das sind seit September 2023 in unserer gelben Zielzone. Das ist eine nach wie vor aktive Zielzone, deswegen sieht man hier die Boxkoordinaten auch unten drunter. Wir gehen davon aus, dass diese Zone die Zone sein wird, in der der Kurs von seiner Abwärtsbewegung, wir schauen es uns gleich auf einem anderen Chart an, hier zum Stehen kommt, die WXY-Formation, die er ausgebaut hat, hier als Basis nutzen wird, um von dort aus weitere Anstiege zu tätigen. Es gibt jetzt zwei Szenarien. Entweder wir haben das Tief bereits hinterlegt gesehen, Das bedeutet, am 11. Dezember 2023 ist das hinterlegte Tief und wir drehen jetzt nach oben. Das wissen wir, sobald wir die 17.429 Punkte überschreiten. Diesen Bereich hier, das ist der kritische Bereich, sobald dieser überschritten ist, zieht das 40%-Szenario, deswegen sind sie beide auch relativ ausgeglichen. Und wir würden dann direkt hochgehen und haben das Tief bereits hinterlegt. Primär, das heißt mit einem leichten Chancenüberhang, wir spekulieren hier ja, zu 60% Wahrscheinlichkeit, gehen wir davon aus, dass der Markt noch ein marginales Tief ausbauen könnte. Also noch einmal leicht unter das Tief vom 11. Dezember nach unten stoßen würde, dann seinen Boden ausbaut, um von dort aus hochzukommen. In beiden Fällen gehen wir davon aus, dass der Kurs unsere Zielzone hier respektieren wird, innerhalb der Zielzone die Trendwende ausbauen und von dort aus weiter ansteigen wird. Wir schauen uns das Ganze noch auf einen anderen Timeframe an. Das hier ist jetzt 144 Minuten. Wir gehen jetzt auf den Daily Chart, also jede Kerze repräsentiert einen Tag. Hier sieht man auch in der Vergangenheit hinterlegte Zielzonen, beispielsweise hier einen Short. Hier sieht man es wieder, Kurs kommt rein, dreht nach unten, kommt rein, dreht voll nach unten, von hier aus eine Long und so weiter. So, das ist die aktuelle Zielzone. Sobald wir das hinterlegte Tief haben, gehen wir davon aus, dass der Kurs hier wieder ordentlich Platz nach oben hat. Und hier sprechen wir, wenn wir davon ausgehen, von aktuellen Kursen, von zumindest einmal 7.400 bis 7.600 Punkten. Der Kurs sollte dann längerfristig, also ins zweite Quartal, vielleicht sogar dritte Quartal, 2024 hinein, sein bisheriges Zwischenhoch vom 27. Januar 2023 überschreiten. Dieses Zwischenhoch liegt hier, ich markiere das gerade mal für Sie, bei 22.798 Punkten. Dieses Zwischenhoch sehen wir dann im Anschluss überschritten. Wir werden hier auf dem Weg verschiedene Zielzonen noch mit einbauen, um den Kurs dann auf der Long-Seite zu begleiten. Also hier immer wieder, wenn der Kurs hier steigt, Gegenbewegung, weitere Positionen aufladen, steigt wieder Gegenbewegung, weitere Positionen aufladen. Und erst hier oben werden wir dann wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich eine Zielzone einsetzen, die man dann zum Verkauf der hier angelaufenen Gewinne nutzen kann. Wenn Sie wissen wollen, wohin wir den Hang Seng Index bis zum Ende des Jahres und in 2025 hineingehen sehen, schauen Sie sich jetzt am Wochenende den Sonderbericht 2024 an. Dazu dann zu beiden Märkten China, Sperrspitze einer neuen Ordnung und zu den Industriemetallen können Sie jetzt gerne alles erhalten. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen einen Mehrwert gegeben. Ich werde vielleicht versuchen, morgen oder die nächsten Tage das Video zu den 360.000 Abonnenten machen. Wir sind übrigens von gestern auf heute um knapp 4.000 Personen angestiegen. Ich schaue, dass ich es irgendwie reinkriege. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke. 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 Danke.